Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu seiner Arbeit und Folge Players on the Battleground mit mir Playgestalt und Schufflers! Militärbasis? Werden viele landen, ne? Ich will sagen... Schieß... Stamm? Oh, das wird ziemlich gut aus. Oh ja, da springen alle raus. Hohoho, leck mich am Arsch! Irgendwo mitten in die Pampa? Links von Milta... Ah ne, da werden am Anfang noch viele lang kommen. Ist zu nah... Wir könnten... Wir könnten auch Hotzock benutzen. Hotzock? Gut, da müssen wir jetzt raus, oder? Ein Team... Oh Gott, da gucken wir mal auf die Linkselle. Eins, zwei, drei, vier Teams. Ja. Aber ich hoffe, die landen nicht in Hotzock. Ich hoffe, die landen bei den Puzzle-Häusern und bei der Schule. Was? Wo? Ich hoffe, die landen in den Puzzle-Häusern und bei der Schule. Sieht ein bisschen so aus, ne? Oh Gott, da guck mal... Das sind acht, neun Teams. Ich wünsche mir Glück. Oh... Siehst du irgendwo eine Karre? Äh... Vielleicht in so einem Häuschen drin. Oh, ich weiß, wo eine Karre ist. Ich weiß, wo eine ist. Wo sollen wir hin? Machen wir hinterher. Erstmal in die Stadt rein, oder? Ne, ich versuch, die Karre zurückzuholen und wir fahren weg. Okay. Come on, lande, Digga, lande! Sag an, wohin? Komm mit. Ja, und bei dir? Dann wird die Karre holt sich, ja. Oh, da hinten läuft schon einer hin. Ja, ich hoffe, die haben nicht vorhin eine Knobbe. Und dann wegfahren, oder was? Ja. Oh, Mann! Okay, lass. Rüber, schnell, 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 schnell. Und in den Haus rein, hoffen, dass wir was finden. Ja, ich nehme hier das linke Roter, ich nehme hier das große Roter. Mach auf. Verband habe ich schon mal. Ja. Und dann könntest du sie vielleicht verbinden. Ich habe schon mal nichts. Ich habe eine Pistole. Scheiße, geh doch mal auf, Mann! Ja, das ist ja aber Deezing. Hat er richtig. Oh, ja. SK12. Oh, ich habe eine Uzi. Oh, hier ist noch eine Uzi. Oh, das Auto kommt zurück, dass es nicht weggefahren ist. Ich stehe direkt vor meiner Tür. Oh. Komm, das weiter. Oh. Na, da wo ich eigentlich hinfliegen wollte, dann würde ich sie wieder in der Mitte. Nice. Ich gebe mal das kleine Häuschen hier rein. Yes sir. Ey, was ist denn los, nur Uzi's. So, falsche Munition, egal. Dann mach ich mal einen Rucksack. Ich bin hier rechts im großen Roten Haus. Oh. Oh. Nischt. Stufe 1 Rucksack. Wir brauchen sowas. Ich habe noch keinen. Hier bei mir ist Stufe 1 Rucksack. I'm coming. Oh, der hat gestern noch diese Idee durch. Pistole. Polizei, Weste, Greif. Come on, das kannst du doch gar nicht zählen, ey. Sechs Häuser oder sieben Häuser schon durchsucht und keiner. Scheiß Ding. Bei mir ist auch nichts. Ich komme zu dir und dann muss ich nochmal in die andere Hütte. Hier ist ein Helm, hier oben. Ganz oben ist ein Helm. Einen Einzelhelm habe ich schon. Okay. Ich komme rein. Ich komme rein. Ich komme rein. Ich gehe weiter. Ich bin da mal zurück in der Hütte. Ich gehe hoch in der Hütte. Hier bin ich noch mal zurück in der Hütte. Hier ist eine MP. Habe ich genommen mal. Das ist alles gut. ich habe eine UMP, hier ist eine Stufe 2, was du hier wolle ist das ein Scheitinfarker für die AKP, äh ich habe ein Scheitinfarker für die SKS Nein, nimm mit ich brauche jetzt nur noch ein bisschen Munition für die hast du mir das Kürz? da bist du ok ich bin im Haus links von dir ja, aber hast du eine SKS? das ist doch diese Semi-Shotgun, ne? nee, SKS ist, ähm, ähm, nachdem, der Sniper ach so, SKS, Entschuldigung, dann habe ich mich vertan es ist jedenfalls mal keine SKS kommst du da gerade zu mir? ja, wenn dann vorbei ja, hier ist eh nichts ich habe eine SK-12, Entschuldigung du bist nach oben gegangen, ne? hm mach ich mit ich bin im Häuschen rechts dann von dir Verbandskasten ich mach gar nichts an mir hier okay, ich habe meine Einserschutzhüster ach verdammt, ich war doch die Hose gar nicht okay, 2er Helm und erster Hilferkoffer boah, ich bin schon wieder in der UC warum kriege ich nicht mal gescheite Waffen, Alter? ach, warum wächst jetzt mir die Waffen immer so komisch durch? also ich habe eine UC mit 90 Schuss okay, Minusdämpfer für eine Sniper und ich habe eine SK-12 mit Schalldämpfer SK-12 Schrotflinte okay hier rechts von uns ist eine große Lagerhalle, ne? ne? ich gehe ins große Haus hier ist eine Schrotflinte und 3er Helm jawoll da ist eine AKM da brauchst du einen 2er Helm? äh, ja in dem Haus, wo ich drinnen war im Badezimmer wo ist die AKM? ich habe die AKM genommen, die SP liegt jetzt da hier ist eine UMP äh, falsche Tür das ist keine UMP, das ist eine UC also alles das Gleiche ich habe immer die Munition mit, weil ich jetzt nicht weiß ob es warum nimmst du die AKM nicht mit? hä? warum nimmst du die AKM nicht mit? hab ich doch, oder? hier liegen mein Ziegschuss wo ist dies? unten? da wo du sie aufgehoben hast wo du die UMP hier oben war nichts mehr, ne? ne ok Alter, ich komm zur Tür raus Stufe 1 ist das, äh ok, geh in meine Hütte nochmal, wo ich fein war äh, also wenn du raus gehst du rechts naja, da habe ich in 2er Helm ein Badezimmer versteckt wo ist es denn? das ist ein 1er da ist nicht das Badezimmer, da ist nicht das Badezimmer Weil ist ja was sie hell ja ja, ich sabin so so meine letzte Hoffnung ist Lagerhalle soll ich schon mal hoch gehen? ja, ich geh auch schon Okay. Ich hoffe mal, dass da keiner drin war. Gehst du in die Halle? Ich gehe in das blaue Haus, okay? Ja. Ich hoffe, wir erst in die Garage. Wenn sie auch nicht mal ein Lüb drin. Ja. Oh, ich kriege AK-Munition, aber keine AK. Nimm uns. Ist gar nichts. Okay, ich habe einen AK auch. Nice. Landgranat? Ja, toll. In dem Haus ist ja gar nichts. Oh, Leute, das ist gar keine AK. Jawohl, ich habe eine Karabiner, Digga. Nice, Wahn. Ich habe eine Karabiner. Hast du mal vier? Nee, aber hier habe ich noch eine Waffe. Hier ist noch eine AKM. Na gut, die brauchst du ja nicht. Ich nehme die Munition mit. Ich habe nicht mehr genug Platz. Ja, komm. Ich brauche hier auch noch eine Muni. Okay, eigentlich nicht, aber... Hier noch eine Führung. Hier, nur einen kleinen Kabuff. Ist da noch ein Rucksack drin, ein größerer? Nee, leider nicht. Hast du das dann AK mitgeworfen? Nee, nee. Die war schon da. Okay, dann nehme ich die AK mit. Wenn du sie nicht stummst. Ich habe sie ja schon. Ich kann ja nicht. Hier ist noch ein S-86... äh, 686. Das ist ein Schrot für den, ne? Ja, ja. Braucht man nicht, ne? Wie viel AK-Munition hast du? AKM 73 Schuss, SKS 12. Nee, knapp 30. 30? SK 12, Entschuldigung. Ich baue noch eine Stufe 2 Rucksack, Mann. Kann doch nicht sein, dass ich hier nur eine Stufe 1 Rucksack habe. Jawohl, ich habe auch immer vieles hier. Leute, wie bist du da hochgekommen? Ja, du bist zur Tür. Ah, Leute, hast du Tür? Die habe ich nicht ges... Ich bin schön außenrum gerannt. Ist da ein Rucksack oben? Nee. Okay, bist du noch oben? Ja. Ist da irgendwas Interessantes für mich? Nein. Nothing. Das ist nicht nur ein Medikind oder so. Ich habe ein Medikind und ein Schmerzmittel. Ich habe ein Medikind, 15 Verbände. Ja, klar, die 15 Verbände, die habe ich auch, aber die zähle ich nicht mit. Ich habe kein Visier und nichts. Nein, ich habe einmal vier zum Blick gefunden. So, daher muss die Zoo... Ab ins Wasser. Und dann? Oh, das ist ein Boot. Wo? Wo ist das? Ach, läuft auf der anderen Seite. Warte. Siehst du was? Da steht ein Auto im Wasser. Wo denn? Müssen wir ins Wasser, wenn es bombardiert und dann überleben wir das, oder was? Nee. Hä? Ja, weil wir runtertauchen. Wir können nicht runtertauchen. Ja, wir können runtertauchen. Ah. Hallo. Wir müssen, wie lange ist es über dir? Leute, das ist ein Auto. Ach, nee. Haben wir nicht. So, ich hoffe, du kannst die Luft gut anhalten. So, wo müssen wir denn das Nächste hin? Ach, leu. Wir sind ja quasi am Rand der Zone schon. Es scheint wohl alles aus selber irgendwas, ich muss da. Oh, ich muss gleich die Luft holen, ne? Und runter. Ja, wir brauchst dann die Zone sicher noch zu nehmen. Sicher? Ja. Okay, jetzt sind wir fertig. Okay, wir sind auch jetzt da wieder in der neuen Zone. Was hast du jetzt für eine Waffe? Eine Karabiner an der K. Nice, gute Kombi. Ich habe die Schrotwüffel für den Nahkampf dann. Und eine AKM. Die bringt mir halt auf die Ferne auch nichts. Hä? Warum tut der Waffenwechsel in diese Bindung? Skill. Rechts von uns könnte was sein, da sind Häuser. Ja, links von so. Sind wir in der Zone? Ja. Ja. Okay, da wurde schon gelootet, weil da ist die Tür offen. Na, lass das hier einfach weiter rennen. Okay. Wir sind halt... Wir sind halt extrem scheiße ausgerüstet, finde ich. Ja. Ist da auch schon offen, ja, ne? Ja. Da könnte jetzt natürlich was auf uns warten. Ne Zwei-Einser-Hülle mehr. Braucht ja kein Mensch hier. Ich geh mal rein, vielleicht haben sie ja einen Scope oder so liegen lassen. Negativ. Ohne Schutzweste. Braucht kein Mensch heutzutage. Wee! Schutz wird überbewertet. Ah, scheiße, Mann. Ein schwulen Einzel-Rucksack, der halt kacke ist. Ich hab' die zwei Häuser markiert. Die sind 100 pro hier irgendwo. Ja, Tür ist offen. Tür ist auf und zugegangen. Das sind welche, bin ich auf das weg. Okay, Chef. Hm. Mann, wir brauchen einen Loot, Digga. Wir brauchen einen Loot. Führ mich zum Loot, Mann. Tun wir dir safe, um zu werden, Ende. Na, sieht da so aus, ne? Hm. Stell dir vor, du müsstest hier noch auf Stamina achten. Hm. Ja, muss er ja eigentlich auch. Wieso eigentlich? Weil, wenn du zielst und Shift hältst, dann hält er die Luft an. Und dann siehst du, äh, die Lunge nehmt. Ja, aber ich meine, bei Stamina darauf achten, hier, wenn wir hier rumrennen. Ja. Aber manchmal, wenn die Lunge, die Lunge dann so komplett leer ist, dann kannst du auch nicht mehr strengen. Das ist ein kleines Häuschen. Sieht zu aus. Wollen wir da mal kurz reinschauen? Ja, sieht zu aus. Wer lässt denn die Tür offen, wenn da drin ist? Ich? Genau. Ich hab mal ganz kurz auf die Schrotflünde gewechselt. Nichts drin, ja. Nichts drin, ja. Nichts drin. Das ist jetzt ehrlich. Gucken wir da runter. Die Tür sind offen. Sehen durch nichts. Ja, sehen durch niemanden. Hier rechts ist ein Auto, ein Jeep. Oh, ja. Ja, dann wird das ja in dieser kleinen Scheißhütte weiter drinnen sein. Ja, komm, lass uns hier in den Skistand gehen. Vielleicht finden wir noch einen Scope oder so. Ja. Oder generell ein bisschen Ausrüstung wäre ganz geil. Ja. Drückt uns die Daumen, liebe Freunde. Drückt uns die Daumen. Es ist gerade sowieso, was die Leute angeht, recht ruhig, ne? Ja, die haben wir wohl noch. Okay, da jetzt, okay. Kaum sage ich's, ne? Ich hab da so irgendwie so einen eingebauten Trigger bei mir. Ich bin so ein bisschen normalhaltig. Also, hm, ich glaube, wir überleben das nicht. Ich glaube schon. Siehst du hier irgendwas? Hier ist ein M16 für dich, wenn du sie brauchst. Ein M16? Ja. Was, ohne Muni? Ja. Frage, soll ich was wegwerfen oder nicht, ne? Was hatten die? 5,56, ne? Ja, 5,56. Hab ich keine. Nein, kostet nicht. Das macht keinen Sinn. Jetzt auf Spekulationen hier. Ich will jetzt in die Hütte reingucken. Ja. Da ist ein Rucksack zum nächsten Mal drin. Oh, mit zwei Erschützweste. Verband. Ach, ein Stufe 1 Rucksack, Mann. Ich kann nicht mal einen fucking Verband aufheben. Na, soll ich ihn mitbringen? Ja, würde ich sagen, oder? Wäre ja schade drum. Scheiß, die Wand dann. Musst du mir erinnern. Stufe 1 Rucksack ist grau und flach. Stufe 2 ist grün und flach. Und Stufe 3 ist schwarz und dick. Hm. Oh, hier liegt noch eine AK. Natürlich ohne Munition. Was haben die auch? 5,56, ne? Ne, AK hat 7,62. Die goldene Munition. 7,62 habe ich. Ja. Dann... Dann hast du schon eine AK. Hä? Hast du schon eine AK? Ach so, das ist eine AKM. Hm. Das ist ja doof. Hier ist aber auch wieder nichts, du. Nichts, nichts, nichts. Wieder für die Vantage und noch eine AK. Und noch mehr als Hilfe-Kid. Kannst du alles mitnehmen, kann ich mir alles nicht nutzen. Weil hier ist noch ein... S1897. Das ist auch eine Schrotwinde, ne? Oh, ja. Aber ich häng an dem Hütchen fest. Mein Leben wird entschieden durch ein Hütchen. Ich will einfach nur einen fucking größeren Rucksack. Kann doch nicht so schwer sein. Nein, ich hätte auch gemeint, wenn ich so ein Rucksack. Was hast du? Ein 1A, oder? Ja, ja. Oh, hier ist noch ein Medikid. Bin ich mir. Nice. Okay. Hier ist auch nichts. Was weitergehen in die Stadt? Ja, hol's ja. Da kratze ich nochmal ganz kurz an deinem Näschen. Ja, habe ich auch gerade in dem Moment. Wir sind hier synchronisiert. Voll nice, Mann. Oder lass da hinten nochmal kurz in den Bunker reingehen. In den Bunker? Ja, das ist so ein Einraum-Bunker. Oho! So schräg hoch. Einer von der gefährlichen Sorte. Wo ist der? Ah, ist er jetzt. Ach, das sind schon mal nur so schulde Steine. Da hinten ist noch kleiner Kabuff. Kuckuck! Okay, ist noch nicht benötet worden. Hier ist eine Pfanne. Jawohl, Stufe 2 Wurzack. Hier ist ein Vierfachsucher. Ich nehme den mal mit. Nein, glaube ich nicht. Ja, okay. Na, das war's, ne? Okay, jetzt bin ich schon. Fuck. Nice. Ach, guck mal, hier ist ein Verband. Nein, ist nämlich nicht. Ach, ich bin auch so ein Idiot. Ohne SKS! Äh, nee, das ist eine SCAR. Äh, M416 ist hier und eine SCAR. Ja, hier, ich hab ne 100 Schuss gejobbt. Kannst du mal ne Waffe nehmen, die du haben willst. Welche nehme ich denn? Nicht nur das M416. Ich hab nicht genug Platz, ernsthaft. Dann schmerzt doch die alte Munition raus. Nicht dabei. Was für Moni schmerzt du denn weg? 9er, hab ich noch dabei. Kaliber 12, was ist denn das? Ja, Pistole schmerzt auch weg. Ist alles nur ein Platz für Schwindung. Ah, Luftklappe. Kein nicht. Mündungs-Scharfschützengewehr. Hast du ein Scharfschützengewehr? Nee, ne? Ja. Hast du? Ich hab hier einen Mündungsdämpfer fürs Scharfschützengewehr. Hab ich schon. Achso. Loops, was hab ich jetzt gemacht? Ich brauchte für die, äh, für die Karp brauchte ich noch ein Kugel-Loops. Kugel-Loops hab ich, glaub ich, auch hier gedroppt. Ja, weil, kein... Ich weiß nicht, ob's der ist, aber ich hab gedroppt zumindest. Ja, du hast keinen... Ja, das ist Kugel-Loops für die Dämpfe. Ja, dann kann man hier nicht drauf. Der Kugel-Loops für meine Waffe ist schwarz. So, wollen wir? Was hast du für eine Waffe? Also schwarz. Immer noch, immer noch Raka und, äh... Ja, ich kann mir das so nicht merken. Ja, bin dabei. Wir sind hier quasi direkt links. Rechts von uns wird geschossen. Wollen wir hier mal kurz nach links gehen? Ja. Das Ding aber nicht direkt über uns, oder? Ach, da. Nö, ganz... Nö, der hinten. Hinterm Ski stand. Ah, ja. Nein, lass da hinten zu den Hügel gehen. Ja, bin ich dabei. Also, ich hab jetzt den Vierfach-Zoom und die M4-16. Wollen wir mal. Ich hab leider keinen Scope für meine AK. Ich hab leider auch nur das einzige Scope gefunden. Für die AK habe ich auch keins. Ja, du hast eine M4 und eine AK, ne? Ja. Ja, dann macht das Scope auf die AK die Stärke. Und spiel auch mit der AK. Ähm, okay. Für da unten ist was gefahren. AK als Single-Shot, oder? Ja, auf Reichweite-Single, auf Markham-Kurz. Was da in dem Gebäude, meinst du? Ja. Also, ich hab' gerade ein Auto gefahren. Okay. Ich mag halt noch nicht zu oft von gehen lassen. Lass uns doch mal hier in dem Busch verstecken. Hier sieht uns ja keiner. Außer sie achten aktiv drauf. Hier ist halt echt riesiges, weites Land, ne? Hast du geschossen? Nee. Gerade niemand geschossen. Komisch. Ja, geschossen nicht, aber ab und zu klingt so, als würde eine Kugel runterfallen. Ja, das ist halt ja aus dem Magazin-Feld. Obwohl du volles Magazin hast. Wo hinter uns? Äh, im Nordwesten? Ja, seh ich, seh ich. Schießen? Nee, warte mal. Oh Mann. Ich kann den... Oh Mann. Ich kann den Hitchat drücken. Ja, dann mach doch. Wenn du einen Safe hast, dann mach ihn. Okay, jetzt springt er, der hat ihn safe gesehen. Aber wir hätten früher schießen sollen. Oh, weiter. Nee, der zieht uns nicht, der geht ins Haus rein. Der ist im Haus drin, oder? Ja, der ist nur noch alleine. Dann lass ihn hier abfangen, der muss ja nachher hier lang, wenn er in die Zone will. Ja, dann müssen wir hier ein bisschen weiter vor, damit wir ihn sehen. Okay. Ja, wir sind hier aber ziemlich offen, oder? Hm. Ja, wenn das gut geht, wird er für sich ein Besen. Nicht das anschießen, bitte. Bitte? Na, ich sag mir zu den Leuten, nicht das anschießen, bitte. Wir sind ganz lieb. Wir tun nichts. Ich hab grad mal das Haus im Blick. Ja. Ich hab nichts, wo ich mich drin verstecken könnte. Ah, er kommt wieder raus. Wo? Wo? Welche Seite? Links, 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 links. Ja, seh ich. So, drei, zwei, eins. Oh, fuck. Nice, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Wo von hinten? Hier aus der Stadt. Sollen wir mal gucken? Ne, zu ihm kommen wir nicht mehr, ne? Oh ja, doch. Kommen wir noch hin? Ja. Aber wir haben noch ein paar Sekunden, ich komm mit. Ja, ich muss in meinen Medik, äh, ich kann mir, von dauschen rein. Das Haus scheint leer gewesen zu sein, sonst hätten sie, äh, sonst hätt's geschossen, ne? Ja, hol sein Medikzeug. Ja. Wo war er hier am Baum, ne? Ach, da müssen wir das heftig schließen. Oh, hinter mir, hinter mir, hinter mir, ich bin down. Da war noch jemand im Haus. Scheiße! Oh, fuck, Alter. Da war noch jemand definitiv im Haus. Oder hinterm Haushalt. Da rechts im Fenster hast du ihn gesehen kurz. Scheiße! Also dann waren die in einem Team zusammen. Rechts rausgerannt. Zwei Leute. Ja, da im Auto. Geh! Was? Hä? Der war voll drauf. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Scheiße! Oh, oh, jetzt ist es gefährlich. Aber weil, die können dich halt abfangen, ne? Wenn sie dich gesehen haben, fangen sie, die müssen sich eigentlich abfangen. Ja, haben sie mich gesehen. Shit! Ich hätt's einfach stecken lassen sollen und sagen, komm, scheiß drauf. Fuck, Alter. Fuck, 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 fuck. Du schaffst es auf jeden Fall. Die Frage ist nur, in welchem Status, ne? Wo ist das Auto? Die sind weggefahren, ne? Nee, die sind sie hinter dem Hügel. Na, hinter dem Hügel ist ja eine Sache, ne? Oh, ärgerlich! Ich hätt nicht hingehen sollen. Oh, man. Hör' doch auch nicht zu schießen. ich glaube mal da ist keine häuschen ich muss erst mal weggen eben deswegen jetzt häuschen oh fuck vor mir zwei leute ja und die sehen dich um bitte leute bitte leute es wird keine arschlöcher ich lasse es jawohl du bist zumindest mal hinterm häuschen nice ein weiterentwickelt vergraben und drücken hast du eine nahkampfwaffe ja ja also nahkampf nicht aber bis zu noch in der zonen denen das wäre natürlich awesome da müssten sie vom hügel runter die frage ob sie jetzt zu dir fahren definitiv vergiss ich automatik ich habe direkt wie ich geschossen habe ich 7 fps gehabt ja der frame drop ist halt schon ärgerlich ja aber das war es leider wieder aber wieder grundsätzlich mal keine schlechte runde würde ich mal behaupten ist bisschen ärgerlich gewesen dass wir uns danach haben so abkaufen lassen aber ich hoffe trotzdem es hat spaß gemacht wenn ihr alle daumen nach oben da und wenn ihr auf dem kanal sein abo wird uns natürlich jeweils sehr freuen bis zum nächsten mal macht's gut und may the fun be with you nope hold of the link ciao